82 cm, das legt die Amrei vor. Das hat ihr die Natur gegeben. Wer in Sachsen-Anhalt hat längere Beine? Welche Frau vor allem? Das wissen wir noch nicht. Wir müssen auf die Suche gehen, oder? Los geht's! Herrlich. So Steffi, jetzt geht's los. Was haben wir? 82. Ja, wie die Amrei! Zwillingsschwestern hier gerade. Ja, genau. Schön. Also du konntest aber schon über den Tresen gucken, oder? Ja, ich sitze in der Beratung hinten. 80. 80. Hallo? Hast du damit gerechnet? Nee. Ja, deine Docke hat auch ganz große Chancen, weil die wirkt ja auch sehr, sehr groß. Wie hoch ist die? Der ist jetzt erst 80. 80? Ja. Und bei dir, wie sieht's da aus? Weißt du das? So. Ach, Sitz. So? Du, Amrei. Sitz sollst du machen, ne? So. Das sind 84. Wow! Die Rieke hier bei uns. Was meinst du, wie lang sind deine Beine? Meter irgendwo was? Weiß ich nicht. Dann ist doch schon mal sehr selbstbewusst. 86. Ja, nicht ganz. Schade. 86. 89. Wow! So, bitteschön. Ja, das ist die richtige Stelle. So, jetzt runter. 93. 93! Also von allen, die wir bislang hier gemessen haben, hast du die längsten Beine in Sachsen-Anhalt. Super. Freue ich mich. 93, nur zur Orientierung, 93 Zentimeter. Ein ganzes Land ist auf der Suche. Die Sachsen-Anhalt-Rekorde. Nur bei Radio Brocken.